Mein Name ist Dominik Helle, ich bin Geschäftsführer der Omniscale GmbH und KUKAG. Wir haben uns 2009 in Oldenburg gegründet. Spezialisiert hat sich die Omniscale GmbH und KUKAG auf die Erstellung von individuellen Kartenanwendungen und das Bereitstellen von OpenStreetMap-Kartendiensten. Hier auf der Intergeo zeigen wir vor allem unseren MapProxy. MapProxy ist eine Open Source Software, um bestehende Kartendienste zu beschleunigen. Zusätzlich zeigen wir noch OpenStreetMap-Kartendienste, die wir bei unterschiedlichen Schnittstellen bereitstellen. Kunden für unsere Produkte sind zum Beispiel Kommunen, die ihre Geodateninfrastruktur beschleunigen wollen, aber auch Kunden, die auf OpenStreetMap-Daten zum Beispiel als Hintergrundkartendienst zugreifen möchten. Das Besondere an unseren Produkten ist, dass wir die Lösungen für unsere Kunden individuell erstellen. Das heißt, wir gehen auf die Probleme unserer Kunden ein und erstellen wirklich angepasste Lösungen. Zum Fucking, thank you very much. Also, wir können alle, die Toten angekommen über ein neuesdoo 들� Fujif así. Das heißt, es ist die Wahrnehmung und das Modal, wenn wir die Challenge áltenrippen militärregmergruppent. Das gibt's die oats bzw. das Wmanch im thankful für den axleoren. Soll es den Pfund und das Handen vom Menschen, die gegráfic tem nosotros. Soll es für eine nuova Venorz etwas anvotoner zu hierbei. Soll sich die Zattelung und mano Sapkartendienste Prob durch von vielenains kurzen. Soll variedこれ und die Ausfälle? Soll ich Liale pineate Orkartendiensteiser? Untertitelung des ZDF, 2020